Hey Leute, was geht ab und herzlich Willkommen zu einem neuen Teil von meinem Shanta in the Seven Sirens Let's Play. Und jetzt machen wir den Rest der versunkenen Werft. Uh, cool. Huh? Huh? Wow! Super! Okay. Damit gehe ich am besten... Ja, jetzt müsste ich zur Seppel nach Armatown, aber wie komme ich da hin? Ich versuche mal das ganz rechts. Fernöstlich hat sich gesagt. Gut. Ich versuche es wieder mal mit da unten. Aha. Da komme ich noch immer nicht runter, außer... Ah. Noch immer Wasser. Okay, das ist absolut nicht hilfreich. Gut, dann geht es da mal nicht weiter. So. Hm? Hm? Das war's für heute. aber es geht noch immer nicht weiter da geht es noch immer nicht weiter ja darüber natürlich auch nicht okay auch schlecht darf jetzt aber auch nicht gehen oder so oh warte da wird hoffentlich kein Wasser oben sein ja genau, sehr schön, da kommt man durch dann ist die hoffnung dass es da nach Armour-Town geht wow wow der die passt drauf oder auch nicht hm ok das hat nicht funktioniert da müsste ich irgendwo ah ok das funktioniert nicht ja ja Armour-Town so stelle ich mir das vor sehr gut so jetzt mal speichern ja da finde ich dabei super aaaah so 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 geht schon jetzt mal die Karten checken ja er hat alle überflüssigen aufgekauft super so die zwei haben wir auch jetzt ja perfekt aha ja super finde ich gut im Raum jawoll jawoll so was mit dir ok ah da Armour-Bearer aber Armour-Bearer nicht Armour-Bearer alles wieder eine andere hey oh oh hm 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 fucken hm 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 Funken-Tanz. Ah ja, das kann Elektrisches betreiben. Voll geil. Oh, schön. Mhm, super. Das war unglaublich hilfreich. Wer ist denn das? Ist das der Armour Baron? Es schaut genauso aus wie der Armour Baron in der Hose. Ja, Sky. Hm? Sky! So! No! You! Your uncle is worried sick! Oh no! Oh no! Uh... Eeg? Mhm. Mhm. Huh? Uh-huh. Mhm. Wow! Mhm. Oh! Ah! Yes! Uh... Mhm. Mhm. Super! Oh, was mache ich damit? Wer stillt die ganzen Pippen? Und wo sind wir? Ah. Okay. Wer stillt die ganzen Pippen? Und wo sind die? So, mal schauen, was wir da kaufen können. Flammenwerfer, genau. Sehr schön. Und der Rest ist schon wieder nicht leistbar. Super. Was ist das? HP-Sparer. Ja! Genau sowas. Perfekt. Danke. Lohnt ja voll. Hm. Ich hab nicht genug DIN-Fischern. Nein, okay. Was ist mit dir? Naja, da wollte ich nicht kommen. Nochmal speichern. Da ist eh wieder Ende Gelände. Okay, da geht es gar nicht weiter. War ich da schon nicht mehr? Ja, okay. Okay, da ist schon wieder der Lautescreen. Ha! So, wo war da jetzt was elektrisches? Hede ist denn da? Nuggets! Supersache! Los geht's! Ah, okay. Das sind diese Düken, wo ich ein Erzstück fehl. Ja. Cool. Hm. Komme ich da jetzt durch? Ist das ein elektrischer Mechanismus, oder? Da ist nichts passiert, okay. Aua! Farnwerfer! Nein! Komm schon! Warte mal, ist das okay. Gut. Ah ja, da geht's rauf! Super, da will ich gleich rauf. Oh. Also, da ist noch eine Erzstück hier. Also, da ist noch eine Erzstück hier. Mhm. Ah, okay, wir haben einfach eine Erzstück. Oh. Oh. Ah. What? Ah. 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 Oh. Ah. 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 Da ist der Melba Toast für'n Bolo! Ja lol! Okay, ja den können wir ihm bringen. Da will ich ohnehin wieder hin, oder? Warte, da oben ist was und da unten... Ja, ich schau zuerst da oben. Funktioniert das auch? Mann! Aber da funktioniert's! Da ist das letzte erstes Stück. Oh, das ist nur ein Nugget! Okay! Ja, super! Braucht er mehr als eine? Ja! 4 noch, okay! Da ist wieder keiner! Ah, noch ein Nugget! Super! Guck, welche hab ich eigentlich davon? Die nächste Karte wird teuer! Ja! 4, ne? Ah! Ich weiß nicht, ob das geht! Elektrofusion! Ja! Funktioniert! Hey, warum kann ich denn drauf? Okay! Also, das ist jetzt los, die Leutekamen hierher zu mir, schade! Ja, war. Ja, war. So, da ist es so fettig, ja. Sprechen kann nicht schaden. So, da war ja auch schon hier. Ja, erwischt. Super. Brauche ich da mehr als eine? Ja, leider. Auch 5, oh Gott. Wasser, da komme ich schon wieder nicht durch. So, was ist da los? Gar nichts weit wo Spolo, der will seinen Toast haben da. Ja. Ja. Sieh her. Ja. Schrauben und muttern. Was mache ich damit? Was mache ich damit? Was hat man sehen? Das auch nicht. Vielleicht nochmal tanzen. Ja. 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 Ah mein Gott, komm schon. Das kann ich aber nicht zahlen. Jupp, einer fehlt noch. Schade. Fuck. Hm. 15! Ok, da war ich schon mal besser. Nein, aber zu! Ich will den Hafen, was muss ich tun? Schrauben und Muttern, was mache ich damit? Gut. Ich könnte es noch immer versuchen zum Metallfisch zu bringen, vielleicht hilft das was. Sonst kann man da eh nichts tun. Ja, ich versuch's einfach mal. Ich versuch's einfach mal. Das ist einfach nicht. Wenig Leben, das ist nicht gut. Achso, ich muss nur tanzen, weil ich habe jedes A-P-P. Ahja. Warum steht er unten? Nein, 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 ich wollte nicht an die Oberfläche, oh mein Gott. Nein. Ach, verdammt. Oh mein Gott. Und jetzt gleich nochmal wieder rauf. Ganz, ganz toll. Und jetzt gleich nochmal rauf. So, jetzt war es schnell raus. Also wesentlich davon soll das sein? Keine Ahnung, Bro, aber Moment. Achso, das ist wieder sowas. Was, der ist kaputt oder was? Ja, das ist kaputt. Ja, das ist kaputt. Ja, das dritte Erd ist super. Das ist kaputt. Ja. Da läuft alles. Los. So, jetzt die Erzter hier drüben. Die jetzt, die jetzt Stücke. Cool. Das Stelle richtig langer ist das. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Shush! Ha 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 ha! Squid Baron. Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah ok, der stiehlt alles. Oh mein Gott. 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 Die Ausreißerin. Cool. Okay, die fürchtet sich. Hey, komm zurück! Come on! Ah, da unten! Super! Super! Jetzt komm schon! Das kann es ja nicht sein, oder? Nein, endlich! Was ist das jetzt? Ah, eine Puppe, super! Oh nein, ich brauche mehr! Ah ja, okay! Okay! Ja, die Puppe bringen wir dann beim nächsten Mal zurück! Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Tag! Haut rein! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!